ARD Text im Auftrag von Funk Die Zyklopen in einer Minute, okay, 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 also, müssen das jetzt endlich mal hier verbessern, guck mal, meine Güte, warum habe ich das nicht mehr vorher gemacht, so, so, warte mal, kann ich das auch, äh, ich habe noch mehrere davon, warte mal, das ist ja noch einer, aha, okay, so, pass auf, Wir tun jetzt mal alle Fernkämpfer und es sind acht dahin, der König geht bitte nicht nach vorne, ich habe jetzt ein bisschen Angst, ich habe die ganze Zeit Angst, äh, Eisfalle, Eisfalle ist natürlich auch super, können wir aber nirgendwo hin tun, ich würde gerne wissen, ob ich halt, Ich meine, das gelesen soll mit dem Rock auffüllen irgendwo, ich habe es aber jetzt irgendwie total verplant Aber das können wir auch machen Ja, da machen wir ne, ne Feuerfalle hin oder so Oh man, das wird was, ich habe keine Ahnung, ob das reicht, was wir haben, ja, ich speichere, wenn die kommen Wir speichern, wenn die kommen Vielleicht boxen die sich durch die Wände, das wäre es ja dann, super Ich sollte es nicht laut sagen, haha, oder die gehen hier durch, das wäre es ja dann auch, ne Bleib bitte blöd Es wäre so ein bisschen Spaß, wenn wir durch die Wände gehen Zehn, holy shit, holy shit, die Moli All Wall Traps cost 2% less parts Wo ist der König da? Ich lasse die lieber hinkommen Und nicht, dass sie hier hinnen Egal, wir werden sie jetzt sehen, so Ich sehe keine Das wäre natürlich ein Overkill Aber die kommen ja von draußen, also können sie nicht unten spawnen Das 17 Miner, ja Som? Som? Wo ist denn das hier bitte, Som? Was ist denn bitte dann, Manny? Hallo? Oh Gott Keine Sorge, Männer, wir halten stand Oh Gott, wir werden alle sterben Oh Gott Oh Gott Oh Gott, habe ich schon Oh Gott gesagt? Oh Gott Genau so, Feuer, Feuer, Feuer Einer weg Einer weg Einer weg Das hat keinen Sinn Wir verfolgen auch direkt die Ziele Also ein paar Ogre hat's ja schon erwischt Aber trotzdem ist der Der Warnsen Alter, die machen bestimmt voll den krassen Area Damage Ruckel, ruckel, ruckel Und los geht's Ruckel Party Vielleicht sollte ich das Spiel mal neu starten Vielleicht gibt's ja hier ein Memory-Lag Leak Leak Ich mach mal V-Sync Ne, es gibt Ich hörte die Frames capen auf 60 Das könnte auch manchmal ein Problem sein Ne Es kann auch an den Zaubern von den Runenpriestern liegen Oder es ist ein Gendemorelles Problem Naja, weißt du schon König ist schon ein bisschen weit vorne Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber gut Sehr schön Niemand kann mich aufhalten Hatte ich Angst Nein, keine Sekunde Ich bin der nicht-angstige Der unangsthasige, meine ich Ich bin der Ihr wisst schon, was ich meine Was wollte ich als nächstes machen Was ist eigentlich das hier Was heißt das hier Warum geht das nach links Kann ich hier irgendwo hin Vielleicht kommt da noch irgendwas Aber ich kann auch Infanterie mehr auch bald nicht mehr machen Long Beards Weald Blast War Hammers Hat der König noch irgendwelche passiven Sachen Guck mal das ist Guck mal das ist When injured below 25 files A drink a potion Haring for 1500 marks Tiles reducing all incoming damage Bei Das passiert automatisch Das ist so eine Art so eine Angstblase Das ist ganz gut glaube ich So wie sieht es hier unten aus Kämpfen gegen Spinnen Aber die sollten ja automatisch die Spinnen angreifen In die Eier legen Bang Drecksviecher War kaputt Wollt ihr nicht mehr Da hin Oh Warte mal ist da irgendwie Gegners Das ist eine Lampe Aber ich kriege die Lampe weg Gar nicht Gar nicht kann ich da irgendwie hin Aha Komm weg damit Haut euch da durch So was ist los Ich glaube es ist weit weg oder Ist jetzt ein bisschen ärgerlich Würde das hier hin passen Ja ne Aha Okay das hat sie auch erledigt Okay gut Arbeiten die jetzt Oder Die kummeln so Was los So nächste Ebene Ich weiß ja nicht wie viele Ebenen wir müssen Und ich bin mich immer noch glaube ich zu sehr am beeilen Okay und wieder nach oben Und los geht's Ich könnte doch hier lang locken Hier über die Insel Dann hier noch Trapsel machen Und ne Irgendwann müsste ich noch nicht mal mehr kämpfen Verstehe nicht warum die Ah jetzt arbeiten sie halt ein bisschen mehr Okay So, so was hier oben los? Guck mal, also... Oh, aha, das schießt. Oder was, wohin es will, weil es soll... Tatsächlich? Was hast du denn eine Ice Trap? Hätte ich mal besser lesen sollen, ne? Eine Lightning Trap, okay. Also die Feuerdinger sind schon Gold wert. Oh, das ist der König! Oh Gott! So, jetzt aber. Der König, der König! Erkämpft ihr mal, ihr Lappen hier. Ruckelt euch mal und ruckelt sie unten auch noch? Ja, da ruckelt sie auch. So, was macht das denn hier? Äh, Masterwork, Anvil, Research, this building completed 50... Achso, Research in this building ist completed 250% schneller. Flameboard Bracers, Fire Resistance. Äh, ich glaube, das brauchen wir unbedingt. Berserkers. Ich glaube, Fire Resistance, das ist wichtig, wenn wir die unterste Ebene wollen. Ja, fall ins Wasser und weg ist er! Oh nein! Ich glaube, wir fallen auch ins Wasser, oder? Schubsen uns gegenseitig runter. Mal gucken, wir sehen es ja bei dem gleich. Ruckel, 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 ruckel. Das ist ja. Ja. Okay, und es ruckelt auf. Sehr schön. Okay. Oh Gott. Oh Gott, guck mal, hier sind überall Spinnen-Eier. Wie weit runter muss ich denn? Oh Gott! Ach du Scheiße. Ich glaube, mehr als Ebene 2 bewahren tun wir echt nicht. Gut, ähm. Ach du Scheiße. Kommen wir das noch weg. Okay. Okay. Ich muss mal hier weiter Fallen bauen. Ja, und hier müssen wir auf jeden Fall weiter Gold abbauen. Da sind noch mehr Spinnen. Wir hätten auf jeden Fall ein paar Verluste. Ein paar lustige Verluste. Ejo. 200, wow. Jetzt in den Schleim. Ich sage, wollen wir jetzt nicht hin. Tja, wenn wir mehr Gold wollen, müssen wir die nächste Ebene. Okay, das geht sogar. Schade, ich hoffe, da gibt es noch mehr bei den Schienenverkehr. Schienenverkehr. Ach so. So. Äh. Ach so, die haben hier Gold abgebaut. So, jetzt haben wir das hier. Oder noch ein bisschen. Machen wir so. 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 Und so. He he. Äh. Äh. Yeah. Ich mag das. Okay. So, mal mit. Das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr, oder? Egal, doch. Lassen wir mal lieber. Was? Ob wir hier die Schienen mal brauchen? Wie ist das hier sogar welcher am Arbeiten? So. Die müssen wir gleich durch. So, jetzt haben wir aber genug Bogenschützen, glaube ich. Obwohl, wir haben nie genug Bogenschützen. Es ist eigentlich die Devise Nummer eins. Egal welchem Spiel. Es gibt niemals genug Bogenschützen. Ja. Oder? Oder? Äh. A fist of Orcs attacking. Mhm. Jetzt müssen wir mal kurz, kurz hier rein. Bevor die hier irgendwie aufwachen. Aha. Wieder so einer. Ruckel, ruckel, ruckel. Thronsin. Wo bist du denn? Da oben. Ruckel, 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 ruckel. Das ist schon ein bisschen ärgerlich mit dem Ruckeln. Aber ich glaube, es sind die Runenlappen. Ich vermute, es sind die Runenlappen. Wom ruckelt es sonst? Wir können die Runenlappen mal außerhalb des Kampfes lassen. Und mal gucken, wie es läuft, wenn die nicht mitkämpfen. Ja, natürlich schade, aber... Oh, jetzt sollte ich mich mal beeilen. So, die Runenlappen bleiben mal da. Sehr schön, sehr schön. Ah, es kommt nicht viel an. Sehr schön. Guck mal, bevor die nächsten Wellen kommen, ist es schon wieder getriggert. Nee, ist nicht getriggert. Ja, der ist jetzt leider raus hier. Löschen. Geht nicht. Hm. Wir brauchen noch mehr Traps. Noch viel mehr. Ich glaube, es sind, es sind die Runenpriester. Natürlich blöd, weil wir die eigentlich brauchen. Ja, schön. Einfach weiter feuern. Einfach weiter feuern. Oh, das ist ein Klacks. Okay, wenn die da ballern, können wir hier nochmal ein bisschen gucken. Also, diese Feuerfallen sind schon echt krass. Echt krass. Okay, haben wir noch ein bisschen Upgrades machen müssen? Aha. Sehr ist Gold, sehr ist Gold, sehr ist Gold. Ah, nicht wirklich. Da, da, ja, da geht es natürlich weiter zum nächsten. Ne? Blödenzone, so nenne ich das. Ah, toll. Okay. Jetzt müssen wir alle heilen. Ja, wir haben genug Essen, was soll's. Frag mich, warum so viel? Guck mal, wir haben nur noch einen Engineer. Dann machen wir mal ein paar neue, hä? Sehr schön. So, und die Runeprease, was machen wir denn mit denen? Ich kann die ja nicht in Rente schicken oder so. Vielleicht schicke ich die als nächstes einfach an die Front, dann sterben die. Aber ich muss die einsetzen. Also, wenn wir einen Endkampf oder so machen, ich muss die mitnehmen. Wir brauchen die Buffs wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht. Komm, dann nennen wir auch noch so ein Longbeard mit. Die haben ja diese Hämmer und sind stark. Ja, das ist noch ein bisschen blöd hier. Den können wir auch nicht in Rente schicken. Der König. Der König, der König. Ja, ein Thronsaal. Es gibt wohl irgendwie ein Thronsaal, habe ich gelesen. Und dann würde er sich auch hinsetzen, wenn es das richtige Spiel war. Aber ich... Ich habe keine Ahnung. Thronsaal. Ich habe hier keinen Thronsaal. Wir haben alles gebaut. Können hier nochmal ein... Ne, dann kommen wir hier nicht mal durch, oder? Guck mal, können wir hier einnehmen. So. Sehr schön. Hier ist ja auch nichts. Hier haben wir auch... Außer die Dingensfischerei haben wir... Wo ist denn die Bibliothek? Da. Ist denn bei der Bibliothek... Nö, das ist auch nichts. Okay. Toll. Dann müssen wir jetzt... Sollen wir mal die ganzen Gegners hier wegmachen? Äh, sonst nichts zu tun. Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Keine 100 Metas. 100 Metas. Ne, wenn du halt nicht reiben kannst. Und dann irgendwie... Und dann die Leute es hören und geil finden. Aber es ist halt... Hat funktioniert, ne? Ich habe es mir gemerkt. Aber es ist halt... Ja. Kacke bleibt immer kleben. Äh... Feuer, 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 Trapp. Oh, ja. Oh, ja. Eine süße, kleine Feuer, Feuer, Träpp. Sehr, sehr schön. Guck mal, da ist wieder einer am Hängen, am Kleben geblieben. Ja, ich weiß nicht, was das dann ist. Was mit dem los ist. Oh, halt, warte, was mache ich denn da? Wir wollen doch hier durch. Die Schleimis platt machen hier. Kommt, ihr kleinen Schleimis, wir wollen zu euch. Geil, mit ihren Super-Exten hier. Und die Super-Exte. Wie sieht es denn hier aus? Was ist denn das? All infantry except berserkers take, reduce damage. Sehr schön. Okay. Ah, siehst du, da haben wir wieder unsere Runenlappen. Runenlappen. Ich mache dann nach der Aufnahme mal Schluss. Weil ich habe so viele Folgen aufgenommen. Ich glaube, bis wir wieder spielen, gab es bestimmt ein Update. Ruckel, 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 ruckel. Und dann, ähm... Ich vermute mal, ich hoffe, also... Solange kann er sich ja wohl nicht auf sie warten lassen. Der König ist nicht hier. Ihhh! Ihhh, ihhh, ruckel, ruckel. Ich glaube, die Effekte machen auch Probleme. Gut, ich werde hier nach wirklich mal gucken, wie man das lösen kann. Und schon hat es aufgehört. Ja, es ist manchmal öfter in Spielen. V, äh, so, äh... Ja, VFX, ja? Irgendwelche Effekte von irgendwas. Schon hast du den Salat. Ich hätte auch mal das Spiel neu starten können, wer weiß. Jetzt machen wir mal hier frei. Ein bisschen Licht. Ein Licht in... Ein bisschen Licht muss sein. Ja, das ist so fein. Äh... Äh... Okay, dann machen wir hier so ein Ding hin. Und 10 Magic Resist War Force Iron Guard Units. Ja! Ja! So. So. Bom, dam, 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 dam. Äh... Warum ist eigentlich die Musik immer noch am Laufen? Ach du Scheiße! Oh, Scheiße. Oh, ich trottel. Rückzug, meine kleinen Miner! Nein! Set Wars wäre teuer. Wie viele haben wir denn jetzt noch? Machen wir einfach nochmal ein paar. Und Engineers? Vier. Tut mir leid, ich war irgendwie jetzt gerade am Träumen und überlegen. Okay, dann brauchen wir jetzt... Wie viele haben wir denn? Ah, es reicht. Woher hier? Hättet ihr doch wenigstens töten können. Selbst das haben sie nicht geschafft. Meine schönen, aufgewerteten Zwergen, äh... Superminer. Oh, nein. Hervorragend. Tut mir leid, ich habe gepennt. Longbeard! Ich bin aber direkt im Warhammer. Ja, ich habe halt hier... Doch, ich kann ja hier... Das ist schon geil. Das ist immer noch Musik. Scheiße, das gibt es doch nicht. Jetzt habe ich gleich keine Miner mehr. Ich mache das jetzt mal hier weg. Ich dachte, es klebt irgendwo einer fest oder so. Naja. Wir brauchen einen neuen Timmy. Okay. Das wird lustig. Wie sieht es denn aus in der anderen Schmiede? So, haben wir hier noch irgendwo jetzt Probleme? Sind es hier irgendwo noch Orks? Wahrscheinlich, aber... Wer weiß das schon. Ich aber auch nicht. Okay. Jetzt hat die Musik aufgehört. Ne, doch nicht. Schön essen, schön fein, yummy, yummy machen. So. Wo ist die blöde Schmiede? Da ist sie doch. Genau. Und dann haben wir bald alles. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ich denke mal vor Flie... Vor Flie... Vor Flie... Vier! F... Floor... Vier! Mein Gott. Das ist schon schwer, das Leben. Guck mal, jetzt können wir hier einen hin machen. Okay, jetzt haben wir wieder Miner. Er hat 10. Alles mögliche steckt wieder irgendwo fest. Die Musik ist am spielen. Ach, da! Guck mal, siehste. Komm, geh mal hier durch die Traps durch. Sollte ein Klack sein. Komm schon, lauf doch um dein Leben. Das kannst du besonders gut. Lauf doch schneller. Renn hier raus. Und lass die Orks doch einmal... Zermetzeln. Los! Ja. Yeah. Ja! Ja! Boah, jetzt gibt es noch ein bisschen Barbecue. Sehr schön. Toll. Das sind mal die Formierten. Die sind noch nicht da. Okay. Gut. Guts, guts, guts. Ja, also ich glaube, wir müssen... Wir können einfach... Wir müssen, wir können, wir müssen... Ja, aber nein, aber ja, aber nein. Ich mache noch zwei Schmelzen. Weil ich das kann. Und die... Von den Holzstraps haben wir genug. Not yet implemented. Ja, machen wir das mit der Experience. Dann kriegen wir noch stärkere Zwerge. Immer noch am Spielen, die Musik. Immer noch einer übrig. Das gibt es doch nicht, ne? Diese blöde Musik. Dun, 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 dun. Tut, 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 tut. Tut, 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 tut. Tut, tut, tut. Jetzt muss erst mal die Orks sterben. Komm, geh mal da durch, damit er stirbt. Ja, ja, sehr schön. So, jetzt aber. Bitte, mach die Mauern fertig. Sehr schön. Das muss weg. Komm, geh zurück. Scheiß da drauf. Okay. Gut. So, machen wir hier noch auf und dann haben wir das auch erledigt. Gehen wir kurz mit den Truppen runter. Aber das machen wir nächste Folge, liebe Leute. Ich muss jetzt hier abspeichern. Wir sehen uns nächste Folge. Wir sehen uns wieder. Ihr seid die Besten und bis dahin wie immer. Aber haut rein, Leute. Alter, fünf Runen. Wir müssen echt reinhauen. Bis bald. pool Runen. Wir sehen uns über die nächsten Folge, Tschüss. nieu. Tieni. Tschüss. distances.